Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es um die Nerven im Fuß. Da kann es zu verschiedenen Problemen kommen, Verengungen oder Verdickungen zum Beispiel oder Nervenschmerzen. Alles zu Ursachen und Therapie erfahren wir jetzt von den Fuß- und Sprunggelenksexperten der Helsingpark-Klinik Dr. Manfred Thomas und Dr. Martin Jordan. Hallo, grüß dich. Willi, grüßen Sie, hallo. Welche Probleme mit den Nerven im Fuß kann es denn geben? Es gibt ganz verschiedene, an verschiedenen Stellen. Das Klassische, was die meisten Menschen kennen, ist die sogenannte Mortenneuralgie, wo zwischen den Mittelfußknochen 3 und 4 oder 2 und 3 eine Nervenauftreibung entsteht. Es gibt aber auch das sogenannte Tarsaltunnelsyndrom. Das ist eine Nerveneinengung hinter dem Innenknöchel, die auch vor allem Schmerzen im Innenknöchelbereich macht. Und auch hier gibt es wieder einige Unterformen. Das heißt also, hier hinten ist das... Hier ist das Fersenbein. Genau, und hier geht dieser Nerv lang und der wird dann eingeklemmt sozusagen. Und dann gibt es die feineren Nerven, sind dann hier vorne und machen da Probleme. Wie kann man denn da helfen, also konservativ? Oft sind es Fehlstellungen, die man mit einfachen Mitteln beheben kann, durch Einlagen, Schuhzurichtungen, aber auch durch Physiotherapie, Training der Muskulatur, dass man eine bessere Statik bekommt. Das hilft oft schon. Und wie oft muss man operieren? Was hat er gemacht? Das ist die kleinere Anzahl der Fälle. Und das kommt entweder darauf an, wie eingeengt der Nerv ist oder wie aufgetrieben der schon ist. In dem Bereich von dem Tarsaltunnel zum Beispiel, das Sie erwähnt haben, ist es in den allermeisten Fällen genug, dass man dieses einengende Gewebe aufmacht, öffnet, dass der Nerv sich einfach wieder erholen kann. Der schaut aus wie in einer Sanduhr, so eingeengt ist der da oft. Bei dem Mordeneurom ist es manchmal oder in überwiegenden Zahl der Fälle sogar notwendig, dass man dieses quasi tumorös veränderte Gewebe rausnimmt. Die Nerven im Fuß, komplizierte Sache, aber man kann helfen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.